. Kannst du einen mitkommen? Ich brauche meine Hilfe. Ach, hi. Ja. Ja. Ich komme. Ja, ich wollte wissen, ob ich ... 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 Schafen. So was schleppst du mich hierher? Nimm noch beides. Ach, du bist auch so ein leichtglaubliches Schaf. Nicht zu glauben. Stimmt. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mal schauen, was ich draußen mache. Ich glaube, das mache ich so. Ich lasse es einfach so stehen und es passt ganz gut. Ja, so machen wir das. Gar nicht mal so schlecht. 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 Ich glaube, das ist einfach so schlecht.